Gut Freunde und weiter geht es im Abenteuer. Ich bin echt aufgespannt wer da oben ist. Deswegen würde ich sagen wir den einfach direkt los. Oh Ridley, mhm Ridley. Ridley habe ich ähm also außer vom Abenteuer freigeschaltet der ist bei mir erschienen als ich Geister gesammelt habe. Ich finde es schon nett um ehrlich zu sein aber ich würde mit ihm noch nicht mal haben. Ich habe ihn ein, zwei mal gespielt vielleicht nur. Aber der sieht richtig geil aus Ridley. Die haben ihn schon geil gemacht finde ich auf jeden Fall. Jedenfalls. Apropos Ridley. Vielleicht treffen die auf Ridley jetzt wo ich den so sehe. Könnte sein. Schauen wir mal. Was der ist auf einmal Bus geworden? Ach. Oh. Au. 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 Achso aber mit Kraftpumpen. Okay alles gut. Ich habe nicht drauf geachtet. Mendeus. Feuer und Boden Resistenz. Alles klar Mendeus. Nehmen wir an. Nehmen wir an. Oh. Genesekt. Ey wie geil das wäre an sich. Überleg mal es würde Panferno geben als Kämpfer. Oh mein Gott. Panferno wäre richtig geil. Kommen wir überhaupt von hier dahin? Ja kommen wir. Okay lass. Ey. Stagekniff Nebelalarm. Egal bis dahin soll ich mich hinkriegen. Die Musik ist aber geil. Boah wie groß. Wo ist der? Geht der jetzt. Ich glaube was sie den Nebel unternehmen sollen. Gewonnen. Oder auch nicht. Genau dies. Ja so kann es auch laufen. Kennt ihr das in eure Kopf wäre manchmal nicht so sitzen wie eigentlich wie immer. Und dann stört es. Haha. Da muss irgendwie alles perfekt sitzen so. Aber was soll's. Oooooooh. Ein Feuerboden. Oh die Musik. Vergnet Schaden. Nicht viel Immunität. Haben wir Feuerimmunität? Weiß ich gar nicht. Auch. Vergnet auch nur den Schaden. Vergnet auch nur den Schaden. LOL. Haben wir echt keine Immunität. Leeeeeee. Echt? Ok ist nicht gut. Hm. Naja egal. Muss auch so klappen hoffentlich. Schauen wir mal. Gegen Donkeyon. Oh Daruk wie cool der ist. Aha kommst du auf diese Tür. Tsukuyomi. Einfach die ganze Zeit das. Hey nein Spaß. Was? Halt du den Dodges. Oh. oh wer hat mich gelaufen ja ich hatte meine ulti gekommen auf der wii war das mit dem donkey kongos oder bongos oder das war gar nichts so nichts gewonnen da 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 spaß da 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 das mit dem land The Legend. Oh, der will es wissen, auf seiner alten Sage. Oh, apropos alte Stage. Die Stage ist geil. Die ist alt, aber die ist geil. Okay, der will es auch wissen. Oh je, ich kämpfe ab jetzt zu. Boah. Nein. Oh, jetzt bekommt er sein ganzes... ...Jetzt Rage der. Oh, ich bin durchs Langer geworden. Nein. Ah. Ah, ich hoffe, ich fliege nicht raus, um hier zu sein. Aber der hat stärkeren Angriff. Anfangs war es nicht so... Oh, Ghirahim! Ah, ist ein Helfer-Trophäen, ne? Ghirahim war in der Gegner in Skyward Sword. Ich fand ihn echt interessant. Ghirahim! Hoch B ist so ein guter Counter bei Thunny. Oder an sich nicht. Falls der Gegner nahe ist. Hat eine gute Reichweite. Sorgst den Gegner ein. Schau wieder. Oh, ist doch nicht gut. Ja, genau. Als ob. Jetzt übertreibst du mal nicht, Saman. Meister als Eisenkugel. Ja, ja, ja. Meister als Eisenkugel. Ja, ja, ja. Meister als Eisenkugel. Du, ich komm erst mal runter. Oh. Okay. 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 Schau wieder. Oh. Jetzt noch. Was machst du? Oh. 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 Oh, das ist zwar nicht mit Absicht. Oh. Nein, nein. Ich hab gerade losgelassen, Meister. Was war das? Was für ein Item? Was, der hat wieder seine Ulti? Nice, sehr schön Wie ist der James McCloud? 4 Sterne, aber okay, der ist interessant Ich habe gerade nicht abgecheckt, was er drauf hat, aber... Oh, Apropa abgecheckt Ich habe mir sogar was eingefallen Genau das Musste mich noch in Ladies Dailies heute machen Total vergessen Aber mag ich dann noch Wow, Vulkanium Oh, interessant, Vulkanium Wo ist das mit dem Nebel? Wer hatte das? Der Treibnebel auf der Strich, ja Ah, was? 2 Slots? Ernsthaft? Ja, tatsächlich Egal Wow, Vulkanion Wow, sieht geil aus Wow, wauuui Wow Stopp, bitte Was? Sudden Schaden, ja auf einmal, oder was? Auf einmal, wirklich das Schaden? Warum? Der P placement Aberuj So, jetzt bin ich gespannt wer der ist Oh mein Gott Wenn er voll groß, Freunde Das ist ein gutes Mal, man Ich hab deine Klibeboden. Ich wollte eigentlich meinen Geist wechseln. Ridley! Oh, Mutterbrain ist auch... Oh, Mutterbrain. Motherbrain, please leave me, man. Oh, mein Mutterbrain. Was ist das? Oh, mein Mutterbrain. Oh, mein Mutterbrain. What is wrong with you, man? Hey. Oh, mein Mutterbrain. Oh, mein Mutterbrain. Suck. Oh, mein Mutterbrain. Oh, nein. Oh, mein Mutterbrain. Motherbrain, what is wrong with you, man? Oh, mein Mutterbrain, was machst du jetzt? Motherbrain, wie gruselig. Sag mal ehrlich, was für... Wie gruselig. Motherbrain. Wie gruselig. Keine Ahnung. Einfach Metroid gegeben. Phosphora. Lol. Phosphora. Oh. Oh. Hä? Serious tut zusammen, das haben wir noch nicht. Lol, okay. Wow, ich hätte jetzt echt an Suffred oder Ridley gedacht. Aber gut. Gut. Annehmen. Wir nehmen die Dame an. Wie denn? Sie ist flink. Die Dame ist flink. Aber ich bin link. Hahaha. Oh, die Schildie. Ich bin die Schildie. Oh, die ist nicht drauf eingefallen. Oh, die ist nicht drauf eingefallen. Was für ein Verions gesieht. failed. Nein. Ah, hilf mir. Nein. Ich lebe die Macht, der Ober. Es ist noch nicht vorbei. Nice. Die Ulti ist nice. Toon Link. Toon Link Main. Nein. Zero Suit Samus. Nice. Gut. Triforst Tornado. Hm. Jetzt von... Aber jetzt mal. Wo geht's denn jetzt mal? Wir können halt legit direkt da hoch zu... dem Boiler, oder wie? Was hast du? Versuchen wir's einfach mal. Ey. Ja gut, dann versuchen wir's einfach mal. Oh. Prinz Namek! Waa! Nee. Hab ich grad richtig gelesen? Nee. Mamek. Oh lol, ich dachte... Prinz Namek. Wie witzig das wär. Einfach Prinz Namek. The Prince of all... The Prince of all... Namekians. Hey, die Musik kenne ich. Die ist von... ähm... Mario & Luigi. Das ist ein Ds Game. Glaube ich. Wir haben schon viele Charaktere noch nicht. Krass. Bin mir auch nicht mal sicher, ob man alle Charaktere über den Abenteuer-Modus auch freischalten kann. Oder nicht. Weiß nicht. Aber man kenne auch über Classic Mode. Kraft direkt freischalten. Wenn man einfach nur kämpft. Die ganze Zeit Geister sammelt. Und seines Vorgens. Das Spiel. Einfach nur spielen. Um es cool zu sagen. Oh, Lulia... So, wer bist denn du? Oh! Oh! Abkürzung? Ach, Hilfe! Hey, wohin? Hallo! Olle! Hä, krass? Klein Pit Team! Ah, ah! Nein! Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Was war das für Geräusche? Oh, Link grimt aus. Au. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Der letzte bekommst Geschenk. Zack. Tunlich. Einer der sieben legendären Samurai. BD. Na ja. Zauber Baseball. Das ist übel witzig. Baseball so. So. Hä? Komm ich da nicht hoch? Ne, ah ne. Hä? Die Odyssee? Wie komm ich zu dem von da oben? Hey, kann ich da jetzt echt einfach hin? Ich würde das einfach mal gerne ausprobieren um jetzt zu sagen. Oh leh, die Odyssee von Mario. Oh leh, oh leh, oh leh, oh leh, oh leh, oh leh. Oh leh, oh leh. Oh leh, oh leh, okay. Okay. Aber ich dachte schon, ich könnte damit irgendwo hinfahren. Das sei geil gewesen. Oh! Nein! Oh, oh! Wo bin ich hier? Hä? Wie der? Oh, da waren wir hier schon. Sieht so aus. Hm, interessant. Weiß schwingen. Lucina! Genau wie. Wow. Kämpft gegen drei Lucina, ja. Wow. Oh. Oh, die wollte es essen. Oh! Die haben mich abgestachen. Soll ich mal atmen, bitte? Okay. Kommt alle, kommt alle rein. Alle. Hurra! So, was wird sie durchzahlen? Das gibt's noch nicht. Krass. Krass, aber warum sind die doch passiert? Nein! Nein! Turtok. Nein. Nein, 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 nein. Ja, nein. So, warum hoch die so viele schaden werden! Ja, hehehehe! Ich komme im Bus angerannt, eh und dann ist es schicht im Schacht. ja komm Ah, die hat am, die hat nicht so viel damage weil es so viel ausgültig Wacklang Wacklang Wack Wollt ihr mal da reinkommen? Jetzt kommt mal ran. Jetzt kommt mal ran. Was? Replay, gimme a replay of this man, please. I need a replay. I need a replay man. I need a re... Goddamn replay. I need a 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 replay.